Was? Spezielle Crash? Was? Was ist das? Man sollte halt auch nicht wegdrücken, ne? Es sieht so aus, als wäre jetzt gleich die Kugel da. Seht ihr die? Dass die gleich auf den Zug kommt, mal ganz gepflegt. Ich habe da gerade ein bisschen Angst vor. Oh mein Gott. 50 Kisten müsste mir kaputt machen. Da dritting Temperature. Ich habe da gerade母 буду kaputt machen. Da dritting Kit jetzt wieder. Das war die FrORD-Bereignis. Und dann habe ich mich wieder PKenn compose. Okay, wir sind zum Beispiel Kugelbarn. Wir können überhaupt nicht zu 것은 Kugelbarn. Den k должна wenigstens那個 Barsch? Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Neo Cortex-Seelenstein. Ich hab doch gar nicht alle... Hä? Dr. Neo Cortex-Seelenstein. Dr. Neo Cortex-Seelenstein. Hohoho. So. Geil. Mega geil. Okay. Also sollen wir auf jeden Fall schon mal den Seelenstein bekommen vom Neo Cortex. Den haben wir schon mal. Jetzt wird es nur der von Crash. Habe ich doch geschafft. Da komme ich gar nicht durch, okay? Hoho. He. Hoho. He. Ho. He. Ho. He. Ho. He. Ob da der zweite Platz ist, da mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, da, 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 da. Mit der Rakete hier, ob ich da den Cortex für brauche, das wäre cool. Ja! Boah, ich habe schon echt gedacht, wir haben noch da am Anfang so etwas verpasst, da habe ich auch wirklich gedacht. Mist, da war bestimmt jetzt ein anderer gewesen, aber hier ist es, ja, wir bekommen den Seelenstein. Ja gut, noch haben wir ihn nicht, aber ich hoffe, ihn noch mal wegkriegen. Uka, Uka! Was spielen wir denn hier? Erst mal Münzen einsammeln. Cortex-Tücke besiege 80 Gegner, okay. Das ist ja sowas, wie es ist, da ist ja fast Space Invaders hier, oder? Space Invaders, kennt ihr das auch noch? Space Invaders, kennt ihr das einige von euch? Bestimmt, oder? Die älteren unter uns, die müssen das doch kennen. Bäm, 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 au! Ein Gehirn! Geschafft, oh ja, wieder geschafft, geil! Warum? Weil ich der Beste bin. Uka, uka! So, recht einfach irgendwie, oder? Ich weiß gar nicht, wieso. Noch mehr, okay. Und dabei haben wir es schon geschafft, ne, Hammer, oder? Hätten sie auch 100 Maschinen machen können oder so, nicht? Warum sagt der gut gemacht zu mir, der Typ, Alter? Der ist eigentlich der Böse. Der darf wohl doch nicht gut gemacht sagen. Da ist der Seelenstein, ja! Wir können skillen. Gut, dass du dich um dieses Chaos gekümmert hast. Und jetzt zurück an die Arbeit. Erst den großen Apfel. Dann die schöne Schatzkiste. Und dann! Crash Bandicoot, Seelenstein! Yeah! Crash Bandicoot! Crash Bandicoot! Crash Bandicoot! Tada! Jawoll! Mega! Oh, Marcel, du Pfanne! Ja, komm, dann wechseln wir doch mal. Alter, die Figur ist so leicht. Man sollte meinen, bei diesem Dickschädel, ne, wäre dem voll schwer, aber der Kopf, der ist hohl. Der ist wirklich hohl, das merkt man richtig. Die Figur ist sauleicht, ehrlich. Oder es wurde kaum Plastik benutzt. Ach, da ist... Stimmt, Alter, wir haben die... Oh, 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 oh! Wir haben hier... Mist! Ich habe auf die Ghetto Blaster gar nicht mehr geachtet, muss ich sagen, ey. Okay, das ist nicht schön. Mh, Pizza. Was ist er denn? Boah, geil. Hau den, Luca spielt er, Alter. Er spielt, hau den, Schompi. Ey! Ja. Zack, 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 zack. Da und scheint nichts mehr zu sein. Vielleicht auf der anderen Seite. Wir schauen mal. Tatsache, hier ist was. Schatzkist... Nee. Nix, okay. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Uba. Uga. Eine Imaginite-Kiste. Yeah. Lavaglühhelm. Cool. Max, was gibt es? Nochmal? Okay. Okay. Dann halt nochmal. Sehr gerne sogar. Ich bin dabei. Richtig cool. So ein paar Läufe zu machen, ne? M macht richtig Bock. Willkommen zum zweiten Chilischotenlauf. Bist du bereit für ein heißes Rennen? Ha, ha, ha. Ich bin so froh, dass du vorbeigekommen bist. Hoffentlich gefällt es dir. Du musst versuchen, diese Chilischoten zu mampfen. Ich bin mir sicher, dass du die Schärfe verträgst. Wird schon laufen. Alles klar. Ich lass das Ding schon schaukeln, hier. So, einmal alle Kisten platt machen, hier. Okay. Und ab dafür. 50 Kisten. Natürlich. Mal gucken, was wir bekommen bei 50 Kisten. Ein Seelenstein kann es ja nicht mehr sein. Oh, ey. Boah, da waren sogar zwei noch. Ey, so ein Mist. Alter Falter. Da ist... Oh! Okay, noch elf. Freunde, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch elf Kisten. Noch sieben. Fünf, drei, eins noch. Eine noch. Komm, Marcel. Ja! Geil. Boah, eine Imagine-Kiste gibt es. Und so eine Schatzkiste. Cool. Ja, dann sind wir. Äpfel, 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 Äpfel. Imagine-Kiste. Mega. Natürlich. Alter, ich bin Crash, verdammte Axt. Nochmal. Schnell abhauen, Alter. Sonst reg' ich mich nur auf hier. Ehrlich. Schnell abhauen hier. Ich weiß. Was bist du denn für einer? Mach' ja immer nicht so einen auf Dicken, Alter. Alter. Äh. Uh. Uh. Äh. Uh. Äh. Okay, jetzt geht's ein bisschen ab hier, wa? Hört ihr? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Uh. Ah. Äh. Alter. Achso, der macht das, glaub ich. Kann das? Dass der das Ding so am Rad drehen lässt hier? Alter, ich dachte, jetzt fall' ich runter. Boah, alles gut, oder? Alles locker, fluckig, erledigt hier. Oh, Schatten, Skyliner sind hier stärker. Dann wechsel mir doch einmal schnell. Danke, Crash, dass du so gut warst. Und jetzt kommt aber Starcast. Ein Schuss ist dunkler. Ja. Sehr schön. Nimm das, nimm das, nimm das. Superstar. Ja. Oh. Oh Mann, ist schlecht, oder? Hier drin. Jetzt geht doch kaputt hier. Ganz schön hartnäckig, der Typ, wa? Ein bisschen. Ich hatte solche Angst. Weißt du, wie es sich anfühlt, sich hinter Kisten zu verstecken? Sie sind so zerbrechlich, wie meine Knochen. Meine ach so zerbrechlichen Knochen. Solange die nicht aus Glas sind, ist doch alles in Ordnung. So. Oh. Okay. Dann lass mich hinein. Ja. Aber ich kann nicht mehr so viele benutzen, weil ich euch die nicht zeigen möchte, weil sonst spoiler ich nämlich das Wochenende. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht das Wochenende spoilern. Am Wochenende gibt's wieder ein Special, deswegen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich hab die noch nicht zurückgesetzt, alle. Oh, ja. Deswegen werde ich auch nur mit Skylandern spielen. Also, seid mir nicht böse, keine Imaginator hier. Oh, was mach ich nur? Was mach ich nur? Hey, du! Skylander, komm mal her! Ich bin doch da! Ah. Fangen die Dinger wieder an zu schlafen, oder was? Haha. Schade, der Song nicht weiter geht, Alter. Der geht richtig, Alter. Der hat irgendwie irgendwann was, wo man voll abgehen kann, weil... Hört ihr denn? Hör mal! Ha. Huh. Ha. Huh. 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 Ha. Ha. Oh, sogar noch meine Dr. Neocortex Station. Ja, ey. Ist das denn noch normal? Da gibt's eine E-Mail-Unite-Kiste, die will ich haben. Lass mich in Ruhe. Jawoll Haki Haki Oh, da war ein Ghetto Blaster Versteckt, krass Boah, viele Mage Knight Kisten hier, muss ich sagen Oh, Alter Matsu, nein, 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 Genau, ich wäre, Alter, ich wäre fast dran vorbeigelaufen Geht gar nicht Das geht nicht So, spiel Okay, okay Laber nicht Ey Ich wäre fast, ich habe gesehen, ich wäre fast kaputt 60 Teile, okay, kriege ich hin Schau, ich kann nicht, mache ich, tue ich Okay, vielleicht schaffe ich es auch doch nicht Das ist unmöglich, halt Ja Gut, dass ich den auch noch bekommen habe Ey, jetzt ist gerade jeder wichtig Oh, dich auch noch Ja Noch 15 Oh, die hast du dich am meisten Die hast du dich am meisten Ja, noch erwischt Oh, jetzt kommt der, jetzt kommt der Oh, zu früh Bitte einen noch Oh, da ist noch einer Yeah Geil Aber ich bin gleich kaputt Aber ich habe es geschafft Boah, knapp, ne Also, wirklich nur zwei übergabte Ich habe nur 61, ey Das war knapp Das war knapp Finde ich total krass Naja, wenigstens Namen Biddy noch nicht gehabt Ey Nimm meine Uka Uka-Maske So, da unten geht es ein Stück Pizza Salami Mit der Ja, Beyonce So Kann es sein, dass jetzt der falsche Crash kommt Kann es durchaus möglich sein Scheint so Oh, jetzt Jetzt gibt es richtig gute Musik Hä Hä Achso, da unten So, da ist richtig Die Musik ist nicht so cool, ne Die gerade war besser So, zwei nach oben Und dann Ein tiefer Den nach da Den nach da Den auch noch da Und den auch noch mal nach ganz oben Den jetzt hier Zack Jawohl So, gibt es hier irgendwo noch So einen Blaster hier oder so Danke, dass du diese Blöcke aus dem Weg geräumt hast Ich wünschte, ich wüsste, wer die Dinger herumliegen lässt Anscheinlich Okay Dann können wir uns ein Stück Pizza Ja gut Ja gut Zwei Dinger übersehen hier, muss ich sagen Zwei, ähm Zwei Ghetto Blaster übersehen Falscher Crash Okay Alter Verliert der auch Teile Ja, verliert er Sehr gut Genau Wirf mich mit Äpfeln zu Hier auch, Alter Ah, das hab ich nicht gesehen Aber interessant So, recht einfach Der Gegner würde ich mal, ähm Behaupten Also sehr einfach irgendwie, oder? Ja, irgendwie schon So Dann geben wir mal den Rest hier, würde ich sagen, oder? Dann geben wir ihm jetzt mal ein Match Oder den Rest Mit unserem Legendary Twi-Tip Was sind das denn hier für Laser jetzt hier? Jetzt geht aber richtig die Disco, wa? Ah, wenn mir das wehtun würde Tut's aber nicht Und ab dafür Ende Der sitzt da drin, ne? Ja, ja Okay, was soll ich tun? Achso Okay Ja, zwei Ghetto Blaster, Freunde, übersehen Ich frau mich, wie ich da mit Tempospielen zwölf Minuten schaffen soll Na gut, man hat dann dieser Ja gut, man hat dann diese Ein-Ebene nicht und so weiter Ja, okay Meine wunderschöne Maschine Ist das nicht unglaublich? Ich hab alles für dich repariert Und sieh dir das mal an Bis später, Verräter! Sehr geil auf jeden Fall Cool Mega Ja, nicht schlecht, würde ich sagen Oder, Freunde? Nicht schlecht Cooles Adventure-Pack Ich hätte mir Ich persönlich hätte mir so ein paar Mehr Sequenzen gewünscht Wo 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 man da diese Crash-Rennen da machen muss Wisst ihr, wie ich meine? In dieser 2D-Grafik da Wo wir dieses Wo wir dieses Classic Crash-Pendico Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, ja? Ähm Aber so Auf jeden Fall war es, ähm Doch Sehr interessant gewesen Ja, also es war auf jeden Fall nicht schlecht Muss ich mal echt so sagen Das ist also War ganz cool So, schauen wir mal, Freunde Was wir hier so Schönes bekommen Oh Oh, der ist ja cool Das sah ganz nett aus, muss ich sagen Ja, Schäferstock brauchen wir nicht mehr Ok, du Käse, ja Haben wir schon Sollen wir mal auf Und auf den richtigen Dingern da Oh, Muschelarmschienen Auf den, ähm Dingern, die ich auch benutze Mal Duplikate geben mir Ganovenhut Auch nicht schlecht Ein Irrer Zylinder Cool Ein Irrer Nicht schlecht Ja, den haben wir schon Boah, einige Kisten ja angesammelt, oder? Krass Ach, jetzt kommen die Crash-Sachen, okay Jetzt kommt von Dr. Neo Cortex was Ohren? Naja Wikinger-Stolz Jawohl Und mal Regenkäferfühler Super cool So, Freunde Und jetzt haben wir hier noch die Bronze-Kiste Die wir natürlich jetzt öffnen werden noch Schauen wir mal, was drin ist Äh, haben wir schon 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 Haben wir noch nicht Schuppenschultern Haben wir auch noch nicht Schlangenschultern Und der Schwanzumhang Ja, sehr cool Gut, Freunde Das war das Adventure-Pack Von, ähm Ja, von dem Wumpa Inseln Von, ähm Crash Bandicoot Und Dr. Neo Cortex Nochmals vielen, vielen Dank An Activision Die mir das, ähm Geschickt haben Ja, also Ich hatte mich sehr überrascht Und, ähm Überraschung Ich habe mich sehr darüber gefreut Muss ich wirklich so sagen Ist also sehr Sehr cool Ja, also Vielen, vielen Dank An Activision dahin Gut, Freunde Ähm, ja Ihr wisst Bescheid Wenn es euch gefallen hat Ja, zeig es mir doch Mit dem Daumen Nach oben Ja, lasst ein Abo da Falls ihr es noch nicht getan habt Ja, damit ihr auch nichts mehr verpasst Und, äh Ja, helft mir, Freunde Helft mir Und, ähm Ja, dann schreibt doch gerne mal In die Kommentare Wie fandet ihr das Adventure-Pack Ähm Welches fandet ihr bis jetzt besser Fandet ihr das, ähm Das erste Mit dem Greifpark besser Fandet ihr jetzt das besser Mit dem Wumpa Inseln Schreibt's gerne mal In die Kommentare, Freunde Ich bin raus Dankeschön Habt noch einen schönen Tag Und, ähm Wochenende gibt's wieder Ein Quersion Special Und es wird natürlich Dann auch, ähm Wieder geskillt Mit Dr. Neo Cortex Und Crash, ähm Bandicoot Solange es meine Stimme, ähm Zulässt Ich hab echt Halsschmerzen Muss ich sagen Ich bin raus, Freunde Danke, haut rein Peace that absurd Es ist, irgendwas undergo Ich bin raus, Schicks Ich bin front Ich bin inverse wir haben die Wenn